Willkommen zurück zu Inbetween und ich habe gerade den Anfang versaut. Das Spiel hat gerade geladen und ich habe es irgendwie verpennt hier rechtzeitig loszulaufen. Weil ich mir überlegt habe, wie ich die Begrüßung mache. Was natürlich irgendwie unsinnig ist, weil ich sollte mich viel mehr aufs Spielen konzentrieren und nicht so sehr aufs Reden. So, das habe ich ja letztes Mal auch schon geschafft, aber diesmal bin ich nicht so blöd, mich nach unten fallen zu lassen, sondern hui, 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 ach, der bewegt sich, okay. Ich dachte gerade, das ist so ein größer, kleiner Teil. Nein, geschafft. Ha, der war ja einfach. Während der Chemo sah ich eine Menge fern. Man kann einfach nicht viel anderes machen. Bei irgendeiner Art Serie verziehe ich meinen Vater. Ich verstand ihn plötzlich. Ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war. Das war ja gerade mega cool. Nur, wie kriege ich jetzt den da drüber? Hm. Hm. So nicht. Was muss ich denn hier genau machen? Warte mal. Einmal, äh, einmal auf den da, das ist klar. So, und jetzt? Was, was, was tue ich jetzt? Da oben ist kein Schalter. Ähm, hier kann ich auch nicht an die Decke. Also, was muss ich tun? Was muss ich tun, Huhn? Vielleicht sowas hier? Nee, ne? Das ist Blödsinn. Was? 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 Hä? Ach so, die Kiste selbst hat auch so ein Licht um sich rum. Ah. Verstehe. Ja, Moment, aber dann ist es doch ganz einfach, oder? Dann mache ich einfach den hier. Na klar. Das war ja simpel. Und jetzt musst du da rüber. Und hier. Ah, okay. Machen wir das Ganze nochmal. Du musst nämlich hier runter. So. Ach so, ist schon. Ganz rechts. Hahaha, natürlich. Muss ich dann nicht mehr auf den Schalter. Und jetzt? Äh, Moment. Was? Nein. Komm mal runter. Ach so, jetzt kann ich wieder hoch. Genau, jetzt kann ich das hier machen. Ähm. Hm. 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 Also, wenn ich laufe, ist das doof. Ich muss noch ein bisschen nach links kommen. Also, ich muss noch ein bisschen nach rechts laufen, um genau zu sein. Das klappt halt irgendwie nicht so ganz. Was passiert denn? Ach so, ja, natürlich. Ich kann hier die Kiste auf dem Ding verschieben. Genau. So. Und jetzt? Naja, das passt. Passt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wahrscheinlich habe ich es gerade viel komplizierter gemacht. Viel komplizierter gemacht, als es eigentlich war. So, und du da. Ah, da ist ein Schalter. Natürlich. So, dann kommen wir wieder zurück. Ups. Ups. Ich, äh, ja, habe mich zu sehr auf die Kiste und zu wenig auf mich selber konzentriert. Aber, das ging ja nochmal gut, ne? Ähm, Moment. Wie komme ich jetzt da rüber? Hm. Nein, nicht so. Auch so nicht. Äh. So natürlich. So, und jetzt. Jetzt kann ich hier durch. Genau. Dann warte ich nochmal kurz, bis das da oben wirklich genug Zeit hat. Nämlich so. Ah, okay. Das war schon ein bisschen knapp. Aber jetzt sollte das doch gehen, oder? Ah, ich habe mich ja fallen lassen. Da kommt das Licht mit. Aha. Gelöst. Das Licht einfangen. Okay. Dann machen wir das doch mal, ne? So sieht das, glaube ich, gut aus. Da kann ich da rüber. Ach was. Was? Geh du mal da hoch. Und der da geht jetzt bitte mal da rüber. Reicht mir das? Ist da unten eine Plattform? Ja, ich glaube, das reicht mir. Ich glaube, das reicht mir. Ups. Hui. Das war knapp. Das war sehr knapp. Nein. Verdammt. Ach, Mist. Nee. So nicht. Hier rüber und dann... Ach so. Ja, ja, genau. So. Da hin. Dann hoch. Verdammt. Verdammt. Nochmal. Runter. Links. Hoch. Genau. Runter. Links. Hoch. Und rechts. Genau. Genau so will ich das. Hups. Alles gut. Nichts passiert. Alles gut. Das war zwar so nicht gewollt, aber... Ups. Das hat so funktioniert. So, dann komm mal her. Und dann kommt das. Dann... Ui, ui, ui. Ich bin da. Ich bin da. Alles gut. Puh. Ich hatte mir das ehrlich gesagt genauso überlegt. Ah, da unten wird es auch eine Geschichte.